Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Workers and Resources Soviet Republic. Wir starten heute in Termes, wo wir beim letzten Mal geendet haben. Für mich wieder ein neuer Tag, eine neue Aufnahme. Wir haben letztes Mal ziemlich alles eingestellt, was wir einstellen wollten und bauen jetzt einige Gebäude, sodass wir uns in Termes nicht allzu lange aufhalten müssen. Ich habe erst noch einen Hinweis bekommen, dass ich in irgendeinem Feuer... Verdammt. Ah, das hätte ich vorher... Ich bin da einfach so... Manchmal bin ich so drauf. Ich mache den PC an und so... Jetzt ist der Zeitpunkt, Workers and Resources aufzunehmen und dann nehme ich Workers and Resources auf, ohne mir vielleicht vorher mal Gedanken drüber zu machen und es wäre ein guter Moment gewesen. Ich lasse hier nur so ein bisschen laufen, während ich parallel was nachgucke, damit es nicht auffällt, dass ich für die Unvorbereitung bin. Ne, also ich mache da einfach an und stelle dann fest, ach ja, vielleicht hätte ich ja vorher was vorbereiten sollen. So, jetzt habe ich die Zeit mega schlecht überbrückt, aber zum Glück habe ich hier durch meine charmante Art das Ganze für euch attraktiv gemacht. So, also und zwar hatte der Patrick was, glaube ich. Ja, wie gesagt, hier können schon Feuerwehrautos gekauft sein, das ist völlig richtig. Kann ich machen, also nicht, dass es jetzt viel ausmachen will. Strom ist egal, Heizung ist egal und so weiter. Aber was hier interessant ist, sind teure Leute und die liefere ich im Moment noch nicht. Ich bin auch unsicher, ob ich das schon machen sollte. Aber wir kaufen erstmal hier zwei Feuerwehrautos. Stopp, eins völlig korrekter Hinweis haben wir noch. In der Ragenhof steht noch irgendwo eins rum. Das ist eigentlich mir relativ egal, was das für eins ist. Das kann man auf jeden Fall verwenden. Dann ist es mal hier weg vor allem. Also wir haben hier einen Skoda 706. Leider nicht nachvollziehbar. Was der jetzt hier an Löschpower hat. Ist auf jeden Fall in 62 einmal ein ziemlich langsames Teil. Ich gehe aber davon aus, als Skoda, dass er seinen Zweck ganz gut erfüllen wird. Ich werde ihn hier mal parken. Und dann gucke ich hier mal rein, was der kann in der Skoda. Und guck mal, ob hier gibt es eigentlich... Es gibt kein US-Feuerwehrautos. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen nachlegen. Bei dem Spiel, die US-Feuerzeuge sind eher rar. So, hier Skoda. 120.000 ist der teuerste. Also, wer will die wohl was können. Der ist tatsächlich nur löschtere Schwierigkeit. Unsere W50er sind... In allem besser, ne? Die haben eine... Der Skoda hat eben eine bessere Motorleistung. Die 118 kW. Ist auch das schwerere Auto. Naja. Okay. Na gut. Thema Chemie und Kunststoff übrigens. Ich wollte mit euch nochmal einmal durchgehen. Also ich habe einen Plan, was ich wollte machen. Und nein, das ist nicht das Optimieren von Vertriebsvoros. Vielleicht hat überhaupt keinen Bock zu haben. Aber ich werde das machen. Ich denke, im Laufe der nächsten Woche wird diese Folge kommen mit dem Vertriebsvoros. Aber was ich zuerst mal mache, ist nochmal das Thema Auto. Autoindustrie anschauen. Und zwar... Fahrzeugfertigungsleder. Also, was braucht man für Fahrzeuge? Wir machen Kunststoffe. Die sind wir hier gerade im Begriff anzuschaffen. Wir brauchen mechanische Komponenten. Die produzieren wir tatsächlich bereits in Drago noch. So, jetzt geht's los. Wir brauchen außerdem noch elektronische Komponenten. Die haben wir zumindest schon erforscht. Elektronik brauchen wir. Und Stoff. Elektronik, Stoff, elektronische Komponenten sind definitiv die Pferdefüße an unserem ganzen Projekt hier. Und ich würde sagen, dass das ganze Thema Stoff und Textil eine eigene Stadt mal irgendwann verträgt. Die dann von hier aus beliefert wird, belagert wird, genau. Stoff und Textil. Wir können mal gucken, was es da gibt nochmal zur Erinnerung einfach. Viele von euch kennen das natürlich alles. So, da braucht es Pflanzen- und Chemikalienstoff. Kann man natürlich nun aber von hier aus beliefern. Man könnte hier auch Stoff noch dranhängen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass wir die größer und größer und größer. Ich habe hier Vietri. Ich habe hier schon die Chemieindustrie. Also entweder ich baue hier noch eine Stadt hin wirklich oder so. Oder lass Draco auf hier zu einer Mega-Metropole heran. Das wäre auch witzig. Wahrscheinlicher ist aber, dass ich es jetzt hier einfach mit der Chemieanlage gut sein lasse. Und hier als nächste, übernächste Stadt oder sowas, was das angehe, die Stadtfrequenz wird auch ein bisschen höher werden. Ich habe so versprochen. Wenn Bautzen hier einmal gebaut ist, dann hoffe ich, dass Bautzen ganz gut sein wird. Und mal versorgen anderer Neubauten mit Baumaterialien und dann kriegen wir das hin. Naja, auf jeden Fall, das ist Kleiderindustrie, Pflanzen, Chemikalien. Und hier brauchen wir nur Stoff, um aus dem Stoff Kleidung zu machen. Diese Kombination von den beiden Sachen, also eine Stadt, in die wir Pflanzen und Chemikalien bringen, und aus dem wir Stoff und Kleidung wieder rausholen. Das wird vermutlich eines der nächsten Projekte sein, auf dem liegt zur Fahrzeugindustrie. Aber Elektronik und elektronische Komponenten, das wird nochmal aufwendiger. Elektronikmontage und elektronische Komponenten, also gucken wir mal. Wir brauchen als erstes die elektronischen Komponenten, weil die Elektronik aus den Komponenten gemacht wird. Und da braucht es auch Kunststoffe für und Stahl und Chemikalien. Also ihr seht, das hängt hier alles ein bisschen aneinander. Ja, könnte ich mir so Silicon Valley-mäßig vorstellen, das noch zu machen. Und dann müssen wir es nochmal weiterarbeiten mit mechanischen Komponenten und mehr Kunststoffe und mehr elektronischen Komponenten. Also eigentlich müssen wir da dann noch eine weitere Stadt für haben, die sich um Elektronik kümmert, die Elektro-Stadt. Alles weiter, weiter fern als Musik. Was wir heute machen, ist uns ein bisschen mit der Bevölkerung im Dragunov zu umtreiben, zu beschäftigen. Wir haben im Januar, das heißt, die Baugeschwindigkeit ist vergleichsweise langsam. Und wir können, wenn wir uns in den Dragunov aufhören, auch ganz gut mal hier mit beschäftigen. Also das hier im Blick behalten, sag ich mal. Dass wir sehen, wie es denn hier vorwärts geht in unserem roten Platz. Und natürlich hier wollen wir auch noch was bauen. Ja, Mr. Krabs meinte, dass eigentlich die Touristenattraktionen auch von Bewohnern genutzt werden. Ich würde sagen, dass wir das bei Zeiten ausprobieren, aber schauen wir mal, was wir da konkret machen. Also ich würde sagen, so etwas Kirmesmäßiges finde ich hier doof. Dragunov ist nicht so die Superspaßstadt und soll es vermutlich auch nicht werden. Aber vielleicht können wir hier irgendwas anderes, ein Nettes noch platzieren. Okay, aber Thema Bevölkerung im Dragunov. So, wir waren hier mal auf einem Stand von 5.000, 6.000, bin mir relativ sicher. Und wir haben hier noch direkt 1.600 Leute. Das heißt, hier muss irgendwas gerade fundamental schieflaufen oder vor einer Zeit mal schiefgelaufen sein in der Bevölkerungsentwicklung. Weil hier irgendwie, ja, wir schon wieder einen riesen Rückgang haben und dadurch natürlich produzieren kein Stahl, bla bla bla. Ihr kennt die ganzen Probleme, die damit einhergehen. Wir haben hier den schönen, fetten neuen Bahnhof gebaut, der sehr, sehr viel geiler ist im Transportieren von Leuten. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Also gehen wir mal durch, wo sind die ganzen Leute, beziehungsweise wo sind sie nicht mehr. Wo leben unsere Arbeiter? Und zwar, ja, das ist etwas, doch, der Arbeiter war gestern arbeitslos, Touristen kümmern sich um Baby. Er kümmerte sich gestern um sein Baby. Ich bin nicht zufrieden, ach, guck mal, das ist doch fein. Also, der Filter, den benutzen wir jetzt. Wir haben eine extrem hohe Zufriedenheit von überall mindestens, ich glaube, ich sehe ihn noch nicht mal 97 irgendwo, oder? Ne, 99% Zufriedenheit haben wir überall. Also eigentlich die Leute sind mega, mega, mega zufrieden. Ähm, wie sieht es mit dem Essen aus? Gut, die direkt in dem Supermarkt leben, würde mich stark wundern, wenn die kein Essen bekommen würden. Die von hier ganz hinten, die haben vielleicht noch kleinere Probleme mit der Nahrungsabdeckung. Aber auch 91% ist ja jetzt nicht, äh, 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 problematisch. So, Gesundheit ist ein Thema, stelle ich fest. Guck mal hier, sieh unter 80%, da können wir was dran machen noch. Da, ja, überall unter 80%, hier hinten sogar noch weniger. Ich habe den Eindruck, dass wir hier, ich nehme mal was an, Sportart, Krankenhaus, okay. Äh, dass vielleicht unser Krankenhaus auch an seiner Kapazitätsgrenze reinkommt ist. Vielleicht brauchen wir da mal noch ein zweites dran. Oder, äh, das müssen wir einfach mal nünftig arbeiten, ne? Das ist ja auch wieder so ein, kommt das nicht an? Ja, eigentlich hat das eine Riesenreichweite. Warum funktioniert das nicht? Wahrscheinlich werden die Leute durch andere Sachen krank. Das Krankenhaus repariert ja quasi nur die Gesundheit. Äh, ich nehme an, dass das Krankenhaus gar nicht das Problem ist. Äh, sondern Dinge, die die Gesundheit beeinflusst sind. Das ist so mangelnde Wärme, zum Beispiel. Äh, oder zu hoher Alkoholabhängigkeit. Also, Regierungsloyalität ist überall bei 0%. Da arbeiten wir gerade dramatisch dran. Wir bauen gerade drei Großgebäude, die wir uns im Bereich Regierungsloyalität hinfahren bringen können. Und zwar einmal bauen wir zwei. Und zwar einmal bauen wir hier natürlich das Hauptquartier, ne? Das ist ja klar. Und einmal da hinten in, äh, Termes ist ja gerade auch der Radiosender im Bau. Der wird auch Propaganda senden oder irgendwas ähnliches. Gucken wir mal, der hat verschiedene Optionen. Genau wie das Ding. Habe ich beides noch nie wirklich eingesetzt. Habe ich natürlich irgendwie mal im Test gebaut, für Spaß angeguckt und so weiter, was er macht. Aber, äh, was jetzt genau die Effekte sind, bla, keine Ahnung. So, Alkoholabhängigkeit, das ist die Negativformulierung. Da würde ich sagen, ähm, eine niedrige Alkoholabhängigkeit ist tendenziell gut. Ich habe auch von Leuten gelesen, die einfach das komplett wegignorieren mit dem Alkohol. Wir einfach sagen, wir bauen hier einfach keine Kneipen. So, ich würde mal sagen, die Zufriedenheit steigt und die Gesundheit sinkt, wenn man Alkohol anbietet. Und wir haben jetzt hier überall so eine 1, 2, 3, 4%ige Alkoholabhängigkeit. Das klingt für mich jetzt akzeptabel, oder? Also, wenn man 0% hätten, dann hätten wir vielleicht zu wenig Alkohol angeboten. Wenn ich 10% Alkoholabhängigkeit hätte, würde ich jetzt schon grübeln, ob das gut ist. Deswegen würde ich sagen, das ist gar nicht mal so schlecht mit der Abtückung. Das Einzige, was wir halt haben, ist die Kneipe, die noch versetzt werden will. Von dort, die Kneipe. Die würde ich gerne, ja, am liebsten, da wo das Rathaus jetzt steht oder so. Hier passt es nicht, ne? Wollte ich mal gucken, ob hier die Vanilla Kneipe hinpassen oder überhaupt irgendwas hier hinpassen würde. Wenn dem so wäre, dann würde ich das Thema weiterverfolgen. Aber nee, das ist ja super abschüssig. Also, wir könnten natürlich hier schon wieder einen Sportplatz wegreißen, aber das ist auch nicht so eine Zweck der Sache. Also, hier sogar einige Gäste sind nicht mit dem Sport, ist das schon immer noch ein massives Thema. Wobei, hier, guck mal, das ist immer so witzig. Hier an dem Sportsground, da sind Plätze am Ende und am Basketballplatz hatten wir jetzt gerade Leute, die Basketball spielen wollen und hatten keinen Platz mehr bekommen. Das ist die Turnhalle, ne? Eigentlich haben wir doch Sportangebote. Na ja, guck mal, Kulturgenuss. Ja, hier ist das Theater, ne? Und direkt hier ist das Kino. Also, die Leute hier, die haben alle hohe 80% Werte, teilweise 90% Werte und hier sieht es auch gut aus. Also, meiner Meinung nach, auch da, aber Dragunov ist okay. Religiöse Scheinlärme. Wir haben hier einige Haushalte, bei denen das Kreuz überhaupt angezeigt wird. Guck mal, die konnten das hier nicht besuchen, aber, na ja, couldn't care less, wenn ich ganz ehrlich bin. Religion ist mir, ups, egal. Ich glaube, das sind Leute, die dann irgendwo in die Kapelle, wo Kohler-Taler hingefahren sind, möglicherweise. Ich habe hier Sport-Uberträger über übersprungen. Ja, eigentlich alles hohe 90%er. Okay. Kleidungsqualität. Gut, wir sitzen hier eigentlich direkt weg. Die ist nicht gut, die Kleidungsqualität. Das überrascht mich ein wenig. Es geht. Also, die ist auf jeden Fall schwächer, als sie sein könnte. Wir haben dieses Einkaufszentrum, in dem man Kleidung kaufen kann. Qualität ist, glaube ich, einfach, wie bemisst sich die Kleidungsqualität in diesem Spiel? Weiß ich jetzt gar nicht. Meine Vermutung wäre, hier ist das Einkaufszentrum, ne? Meine Vermutung wäre einfach, oh, kein Essen. Moment, da müssen wir mal kurz. Oh, an Mehl drin stellen, kein Essen. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Warum haben wir kein Essen? Ah, ist das schön. Alle verbundenen Fahrzeuge abgedeckt. Da kommt Kleidung, ist okay. Fleisch. Fleisch. Warum haben wir schon wieder kein Essen? Ja, Thema Vertriebslos, ne? Alkohol, der ist ein Krümel-Essen, also ganz wenig. Und hier ist auch kein Essen. Warum nicht? Wo ist der... Die rollende Pommesbude, die brauchen wir doch. Ah, die stand vorhin mal irgendwo im Stau. Die hat 69 Tonnen Essen an Bord. Und ist gerade auf dem Weg nach Dragon North. Alles klar. Also, das ist auf dem Weg, das Essen. Was jetzt spannend wäre, ist erstens, kommt die hier nicht durch, die Pommesbude? Wenn nicht, warum nicht? Da ist ein Gruppenstau, der dieses Problem verursacht. Okay. Schaut mal. Hier steht schon wieder ein Kohlezug... Da steht schon wieder ein Kohlezug sich gegenüber mit, diesmal der Krabbe, der ist nicht die Krabbe, das ist der Stahl-Bretter-Zug. Und warum ist das so? Was will der Kohlezug hier überhaupt? Der kommt doch eigentlich... Der muss hier reinfahren und dann wieder zurück. Der hat doch hier überhaupt gar keinen Text. Warum ist der da? Der hat auch nicht getankt, dafür sind nicht voll genug. Das ist wahrscheinlich immer noch so kollateral. Okay, das müssen wir mal wieder auflösen. Wo willst du hin? Du willst ein Kohle auf Baumaterial-Lager. Ja, nee, dann halt. Dann fahr doch nochmal zurück nach Dragunov. Ändere die Fahrradrichtung. Und dann hoffe ich, dass wir das alles erledigen können. Kohle auf Kohle-Lager der Ewigkeit. Warum fährt der denn auch hier lang? Der könnte doch auch da lang fahren. Und habe ich hier nicht mal Gleissignale gesetzt, um das Ding hier einbahnig zu bauen? Oder das habe ich wahrscheinlich wieder geändert? Ja, das habe ich geändert und jetzt funktioniert es nicht mehr. Okay. Lief das jetzt hier raus. Und dann kommt hoffentlich Martins Bombsbruder hin an. Also, ja, Streckenoptimierung. Ich habe beim letzten Mal noch alles abgefahren. Und jetzt ist es schon wieder nicht mehr in Ordnung. Jetzt müsste er, ja, genau, jetzt hat er sich in Bewegung. Der fährt hier nur durch. Warum ist der nicht da lang gefahren? Das wäre so einfach gewesen. Er hätte einfach hier lang fahren können. Die Strecke ist ja genau dafür da, dass er da lang fährt. Okay, ich denke, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir machen diesen Bahnhof hier. So, Moment. Das ist die Draganow-Hütte-Station. Da haben wir einmal den Port-Express. Der pendelt einfach hin und her. Und wichtig ist der Kohle-Dreiecks-Zug. Der fährt Kohle-Lager der Ewigkeit. Dann Vietri und dann Dragunov. Also, der bringt was nach Vietri und alles, was in Vietri nicht gebraucht wird, das ist für eine Trage noch gebracht. Hm, und der kommt dann von hier. Das ist der hier, ne? Ne, das ist der Port-Express. Spannend. Da fährt die Pumpfrute lang. Okay. Also, die Frage ist ja, wie darf dieser Bahnhof gefahren werden und dieses zweiseitige rein und raus, das funktioniert offensichtlich nicht. Deswegen werden wir jetzt einen Ein- und Ausvergleich machen, auch wenn von da oben seltenst mal jemand kommt. Und, na komm, wir haben drei Züge, die diesen Bahnhof nutzen und zwei davon kommt von unten und einer kommt von oben. Also, das kann man schon so machen. Wir bauen nur noch Einzelsignale. So, so und so. Das muss Chain raus, weil es um die Weiche direkt reingeht. Das hier. Das war hier mal, Feuer löscht, okay. Okay, das kann man erst mal so lassen, glaube ich. Okay. Und dann hoffe ich, dass sich hier keine Staus mehr bilden, weil das mit dem Essen ist natürlich kritisch. Äh, ja, Notbestandessen nachkaufen, auch wieder so Vertriebsbüro-Thema. Ey, Leute, das ist so unaufwendig, ne? Diese Vertriebsbüro-Thema. Ja, also ich freue mich drauf, was gemacht zu haben. Aber ich freue mich überhaupt nicht, was zu machen. Okay, das hier ist ein massiver Oberlob an Kiesdinger, das wir schon produzieren. Okay, also, die Bedürfnisse hier in Traunhoff ist extrem gut. Und ich weiß nicht genau, wahrscheinlich hatten wir mal irgendwo ein Problem. Beziehungsweise, wir haben natürlich jetzt gerade ein Problem wegen Essen. Da verhungern uns vermutlich auch noch zwei, drei, vier Leute. Ähm, gucken wir mal, kriegen wir noch irgendwas raus? Bevölkerungsstatistik. Wir haben 140 Arbeitslose, das ist gar nicht mehr so wenig. Okay, wir gehen mal eben kurz nochmal weiter in die Statistik. Ich will Traunhoff heute mal ein bisschen, ein bisschen clearen. Hat ein Radio, so. Das ist die Verteilung von Radios. Das sind gleichzeitig dann die Leute, die auch nicht beeinflussbar sind durch unsere Radiosender, ne? Das, äh, wird nicht jeder tatsächlich kennen, das System. Also der Radiosender sendet. Und, äh, beeinflusst die Bedürfnisbefriedigung von einigen Leuten. Allerdings nur von den Leuten, die auch eine Radio besitzen. Das ist die Deezeranz, also das ist eine sehr, sehr hohe Anzahl, tatsächlich eine gute Abdeckung. Ein Fernseher, das ist das gleiche Thema für den, ähm, Fernsehturm, den wir noch nicht gebaut haben. Und ein Computer, ich habe keine Ahnung, wofür die Leute einen Computer brauchen. Wahrscheinlich gibt es auch irgendein Servicegeburt oder vielleicht ist es eins geplant. Autobesitzer werden wir keine haben, nein. Das hätte mich schwerst gewundert. So, dann weitere Frage, äh, wo ist der Bildungsmangel? Bildungsmangel, ungebildete Arbeiter existieren in der Radiosender, angeblich gar nicht. Schau mal, seht ihr das? Ich habe jetzt hier die Grundbildung, da tauchen Leute auf, ungebildet taucht keiner auf. So, wenn ich jetzt hier drauf klicke, Autos, Rathaus, oh, dann passiert gar nichts. Äh, na komm, aha, da. So, hier, ne? Habt ihr kurz aufblinken sehen, ne? Da stand jetzt gerade irgendwas um die 90, Pause. So, 934 Leute haben angeblich keine Ausbildung. Das sind ungebildete Arbeiter in meinem, äh, Verständnis. Wenn ich hier drauf klicke, tauchen die hier aber im Filter nicht auf. Geht's nicht, hier gibt's keine ungebildeten Arbeiter. So, wenn ich jetzt hier hinguck, Bildung, 0, ja, hier drauf kommt's an, ne? Keine Ausbildung, 0, 0, 0, 0, das stimmt. Was bedeutet diese Zahl? Kann ich mir nicht erklären. Keine Ausbildung, 934 Leute. Ähm, 0 Leute, meiner Meinung nach. Hier gibt's keine Menschen, die keine Bildung haben. Ist mir nicht verständlich, was das hier für eine Aussage machen soll. Wenn wir die Zahlen hier zusammen addieren, 2700, 3500, dann kommen wir ungefähr, glaube ich, auf die, äh, auf die 3600. Ja, das passt ganz gut, denke ich, wenn wir das hier abordieren, wird das ungefähr hier auf diese Bevölkerungszahl kommen. Wenn wir eine 9 am Ende, ja, das wird wahrscheinlich sogar genau sein, die, äh, Bevölkerungszahl. Bevölkerungszahl, und es geht um die Bevölkerungsstatistik, hier tut die komplette, also ist es mir nicht verständlich. 2500 von diesen Leuten sind im produktiven Alter, das verstehe ich auch noch. Und gebildete Arbeiter. Ja, ich habe eine Vermutung. Könnten das hier, die 934 Leute, all diejenigen sein, oh, wir haben hier einen demografischen Knick, sehe ich gerade, ne? Ne, wir haben einfach genug Wohnraum, leben bei den Eltern, haben wir einfach null, okay. Ähm, wir haben einen demografischen Knick. Wir haben 1050 Leute ungefähr, die noch unter dem Erwerbsalter sind, die, also noch Babys oder Kinder sind. Und von diesen, glaube ich, sind diese 934 Leute. Also wir haben einige Leute, die, äh, im Alter von 7 bis 21 Jahren sind, die bereits eine Grundbildung haben oder überhaupt eine Bildung haben. Aber wir haben auch diverse Leute, die, äh, keine Bildung haben. Und ich glaube, die sind einfach gerade dabei, Bildung zu bekommen. Ähm, ich denke, das ist die Aussage. So, das hier ist ja immer diese, diese Scheiß-Statistik, die überhaupt keine Aussage macht. Ich mache die im Hintergrund mal, äh, wieder, äh, ein bisschen Bewegung an. Wird eher eine Laber-Folge heute als eine Machen-Folge, glaube ich. Ähm, so, das ist die, diese, die Statistik von Dingen, die seit Stadtgründung, also seit es was gibt, was Dragunov heißt, würde ich vermuten, gab es hier 65.000 Geburten, 45.000 Tode, also da zeige ich die Kurve nach oben. So, wir haben aber tatsächlich die Kurve massiv nach unten, wir haben 16.000 Fluchten. Das ist eine dramatische hohe Zahl, das ist die, äh, das über 5-fache der Bevölkerung, äh, der aktuellen. Und nur 813 Leute sind hier jemals emigriert, äh, eingewandert. Naja, das ist nicht so gut. Ressourcen-Status ist, glaube ich, nicht so interessant. Aber wir können nach Essen gucken. Ach, null. Okay, das ist, das ist, das ist, ne, doch, aha, Polipa, ne, das ist wahrhaftig. Es gibt hier kein Essen. Äh, wo ist denn der Mardi mit seinem Fahrzeug? Hier ist der Schlachtzug gerade angefahren, das heißt, hier müsste voll sein, ja. Aber die Rolle Le Pommes, wo befindet die sich denn schon da? Die hatte ich doch vorhin angeklickt und hier durchgelotst. Eigentlich sollte sie sich doch hier aufhalten. Guckt mal. Ah, okay. Das Essen ist scheinbar schon vollständig auf der Straße, kann das sein, dass die da schon abgeladen haben. Und, gewollten Bodenplan, abgedeckter LKW, Kleidung. Machen wir etwas Stützes, dass ich hier überhaupt keine Nahrung mehr finde. Da, Essen, da wird Essen gerade rausgeholt. Guck mal. Hier habe ich 9,4 Ton Essen. Ah, alles klar. Alles klar. Vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja, natürlich. Also, folgendes Problem, diese Anzeige hier ist nicht zu gebrauchen. So, weil das ist das Lager, das ist das Lager in Dragunov. Und das ist nicht mehr Dragunov, sondern Dragunov-Vügel. Deswegen können wir überhaupt nichts anfangen mit all diesen Aussagen. Also können wir vergessen. Und ich hoffe, dass jetzt Essen hier geholt und gebracht wird. Ja, hier, guck mal. 6,8 Tonnen. Wir haben zum Einkaufszentrum gefahren. Und wunderbar. Jetzt ist es schon wieder leer. Und jetzt hoffe ich, dass die Pommesbude hier nachkommt. Weil 69 Tonnen, klar. Wir müssen jetzt hier alle Lager wieder auffüllen, die Essen füllen. Das wird unangenehm. Aber wir werden es hinkriegen. So, wir gehen weiter in Statistiken rein. Ich finde das gerade relativ wichtig. Also Ressourcenimport hier, das kann man sparen, denke ich. Produktionen verbraucht, man kann es auch sparen. Ist das jetzt hier nur für Dragunov oder was? Was für alles Kräfte? Das brauchen wir gar nicht wirklich nicht, die Anzeige. So, Grundbildung. Also Grundbildung ist klar. Das sind alle anderen. So, Universitätsbildung ist spannend. Wo leben die Leute, die Universitätsbildung haben? Die Antwort ist quasi überall. Wobei wir tendenziell hier weniger gebildete Leute haben als hier. Und das liegt auf der Hand, weil man halt von hier aus zu dem Dragunov-Waldfrieden-Bahnhof kommt, von dem aus man wiederum nach Kollov zur Uni fährt. Das finde ich immer noch eine sehr, sehr schöne Lösung tatsächlich. Okay, das ist das Thema Bildung. Dann, wo haben wir Babys im großen Stil eigentlich überall? Ja, das kann man auch nicht irgendwie sagen, dass die sich irgendwo häufen und irgendwo nicht häufen. Kinder verteilen sich auch ganz gut quer durch die Stadt. Erwachsene. So, gestern arbeitslose Arbeiter. Wo sitzen arbeitslose Arbeiter? Also, hier ist kaum jemand arbeitslos. Das heißt, dass wir von dem Bahnhof hier ausreichend Leute abholen. Und da warten eine Menge Passagiere. Werden die überhaupt irgendwo hingefahren? Oh mein Gott! Machen wir etwas mit Passagieren? Weil hier warten 135 Passagiere. Wenn wir überhaupt nicht hätten, wo Passagiere hinfahren, dann müssten wir darüber nachdenken. Frachtart für Passagiere. Ja, das passt. Vom Westbahnhof nach Bushaltestelle 4. Was ist Bushaltestelle 4? Frachtart für Passagiere. Achso, nee, für Passagiere ist irreführend an der Stelle. Arbeiter. Alles klar. So, ich klick mal nur so ein paar an. Ob ich hier irgendwas finde, was... Nein. Oh, manchmal anstrengend. Hier W-Laden mit... Nein, auch keine Passagierlinie. Ich glaube, wir haben hier keine Passagierlinie. Äh... Nee. Boah, das müsste man mal echt kontrollieren. Das ist so viel, was hier inzwischen an Busverbindungen ist. Ist vielleicht gar nicht so gut. Also, wie dem auch sei. Muss auch rauszufinden, wenn es da Passagierlinien gibt. Gibt da keinen einfachen Klick für? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier warten auch jetzt. Jetzt warten hier noch zu Bildpassagiere. Es scheint mir, als wäre hier gerade ein Bus irgendwie Passagieren abgefahren, oder? Boah, der Routenplan schafft wir 15. Der hier? Nein. Okay. Also, muss ja. Hier sind ja über 100 Passagiere abgewandt worden. Also, irgendwo führt die Passagierlinie bestimmt hin. Okay, diese demografische Analyse hat uns jetzt nicht besonders vorwärtsgebracht, würde ich sagen. Die Ursachen der Entwölkung von Ragenhof kann ich nicht feststellen. Entsprechend. Was auch noch total toll wäre, also was es ja auch nicht gibt, ist eine Anzeige, wo leere Plätze im Gebäude sind. Ich sehe nur, wo volle Plätze im Gebäude sind, aber ich habe keine Ahnung, ja, wie leer die sind. Und tendenziell, wie gesagt, hier ist eher Arbeitslosigkeit als da. Das heißt, erstens, dass wir hier vielleicht noch Wohngebäude bauen könnten, um zwei, drei Arbeiter mehr zu rekrutieren. Und zweitens, dass wir, wenn wir Arbeitsplätze schaffen, und das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil hier oben ja gerade eine Menge Arbeitsplätze entstehen, wenn wir hier Arbeitsplätze schaffen, dann sollten wir die von hier aus abziehen, die Leute. Das ist, ja, das ist doch im Prinzip ein gutes Signalschang. Touristen werden nirgendwo, ich könnte nirgendwo sein, aber da kümmerte sich gestern um sein Baby. Das wäre ja dann praktisch, wir haben zu wenig Kita-Plätze, das existiert hier nicht in Ragenhof. Wir haben eine vollkommen perfekte Abdeckung mit Kindergärten, hervorragend. Und Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten, weil die Schule überfüllt ist oder sowas. Was da oben war gerade einmal, hat es kurz geblinkt, habe ich gesehen. Ach, hier ist noch ein zweites Krankenhaus, den ich gerade schon habe. Also so eine kleine Klinik. Okay, eigentlich auch kein Problem. Also, ich würde sagen, ganz vorsichtig, würde ich folgendes sagen, wir haben jetzt hier wieder Essen. Das war ein Zustauproblem. Ich hoffe, das Zustauproblem gerade gelöst hat durch die Umstellung dieses Bahnhofs hier. Bin mir natürlich nicht sicher, wie immer, aber ich würde sagen, dass das für den Moment das Problem vielleicht begibt. Und ich würde sagen, Ragenhof geht es gut. Also, Ragenhof hat eigentlich keine großen strukturellen Probleme. Und das, was hier für die Entwicklung Ragenhof in der Vergangenheit gesorgt hat, meiner Meinung nach, ich meine, ihr habt jetzt auch so ziemlich alle Daten vorliegen, hoffe ich, außer ihr wollt noch irgendwas von mir sehen. Meiner Meinung nach würde es reichen, hier einfach nur aufzufölkern. Also hier die Bevölkerung wieder ein bisschen nachzukaufen. Dann haben wir natürlich allerdings das Thema, wir haben gar nicht so, guck mal, wir haben hier, ja doch, jetzt sind wir 60 Arbeitslose bloß noch. Guck mal. Ja, das hat auch was mit Zufriedenheit zu tun, denke ich. Mein Gott, ihr geht mir so auf die Nüsse mit euren Buchhaltern. Ne, ich glaube, das sind Leute, die sind nicht arbeitslos, weil es keine Arbeit gibt. Es gibt definitiv Arbeit, zum Beispiel hier. Oder auch hier gäbe es noch Arbeit. Wahnsinn, wie wenig ausgelastet das ist. Nein, das sind Leute, die nicht arbeiten wollen, weil sie nicht zufrieden sind. Und deswegen gehen wir jetzt auch hin und kaufen hier Schumpf wieder ein bisschen was ein. Ich würde sagen, wir nehmen sogar ein bisschen Dritte Welt dazu diesmal. Einmal ein bisschen Geld zu sparen, weil es echt teuer wird insgesamt. Und zweitens, weil unser Bildungssystem einfach locker packt ist, das war gar kein Thema. Also sowjetischer Block und Dritte Welt, wir mischen es mal so ein bisschen. Ich würde sagen, hier machen wir ein bisschen mehr Dritte Welt. in meinem Arme-Viertel hier. Ich lasse immer einen Klick, bevor das Gebäude komplett voll ist. Dann haben wir noch ein bisschen Wachstumsspielraum überall. Niemand wohnt hier. Oh mein Gott, das ist ein Gebäude mit 143 Mann, das nicht besetzt ist. Das ist ja schrecklich. 1, 2, 3. Dritte Welt. Und ein paar hier. So wird Dritte Welt. Ja, vielleicht nicht insgesamt nicht so viel Dritte Welt machen. Die müssen wir alle irgendwie gebildet kriegen auch. Vielleicht war das damit auch schon genug. Sprache irgendwie gut, einfach noch mehr ein, zwei Kammer. Das haben wir jetzt voll gemacht. Okay, das war der komplette Block hier links. Wir machen am Ende dieser Folge mal einen Behördungscheck. Oder auch mir eingemacht, das wahrscheinlich direkt, nachdem ich hier durch bin. Ich würde sagen, jetzt machen wir überwiegend mal so sowjetischer Block-Einladung. Er sieht, wie das überhaupt keine Rolle spielt hier. Also ich bin jetzt so über toten Punkt, was Geld angeht. Exporte mache ich eigentlich nur, da mich die Ware losfährt und die Warenlage umgeschlagen bekomme, aber nicht aus irgendwie sinnvollen der kommunischen Überlegungen hier. Die brauchen wir auch nicht. So, kommen wir nochmal. 1, 2, 3. So, okay. Das ist mal dran, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist ein Wärmetauscher. Okay, dann haben wir dran, wenn ich das eigentlich erstmal bevölkert will. Da sind zwei, die auch tüchtig aus und die eine Sekunde mal eben waren. So, da bin ich wieder. Aber, Leute, da erzähle ich euch seit fast 300 Folgen, wie wichtig trinken ist. Und da haben wir mir selber nichts hingestellt. Das ist natürlich ein Skandal. Ich fange schon an zu husten hier wegen der Dehydration. Okay, wir machen weiter im Hauptstrahlenhof. Da weiß ich gar nicht, ob es hier auch so... Hier ist es nicht ganz so dramatisch. Sowjetischer Block. Und hier kommen wir gleich auch wieder, wenn es so nach rechts in Schulnähe geht, würde ich da auch wieder ein paar Drittweltschleuder dazu packen. Dritte Welt ist ja überhaupt erst möglich, sodass wir Dollar haben. Die ist voll, die Hütte. Leute, das ist ja gar nicht mal so... ...verkehrt hier. Das ist ja gar nicht... Ne, in dem Westbereich, da waren die Probleme. Schau mal, hier ist alles gut gefüllt. Und hier noch eins reinnehmen. 93 hier. Okay, also je weiter wir in Westen uns bewegen, umso mehr... ...haben wir hier, hier seht ihr das, ne? So auf der linken Seite ja auch. Gibt es schon mal ein paar Arbeiter weniger. Aber jetzt die Frage... Was ist hier schon bemerkbar? Wahrscheinlich wird das erst mal ein, zwei Busse dauern, bis die Leute hier vernünftig arbeiten. Aber was gibt es denn auf der rechten Seite in so überflüssigem Maße und links nicht? Wir müssen ja jetzt hier... Vermutlich haben wir uns gesund geschrumpft und dann haben wir kein Problem mehr. So, kein Essen, ja. Keine Sportart, kein Krankenhaus. Also wir haben hier ein Krankenhaus. Es gibt jetzt demnächst auch wieder Essen, nämlich an. 1,9 Tonnen, immerhin. Ich brauche aber dringendst die Pommesbude hier. Und jetzt haben wir hier ein dickes Hätteprobleme langsam. Was haben denn diese Elkofis hier an Bord? Was verladen die denn hier? Ja, der Alkohol-Annehmunger. Alkohol und 8,5 Tonnen Essen gibt es durchaus noch irgendwo einen direkten Anschluss. Wo sind die? 6,8 Tonnen Essen. Okay, ein bisschen Essen ist noch da. Okay, das wird jetzt hierhin gebracht gerade. Und okay, hier... Naja, es will jetzt ein bisschen Essen durch die Gegend gefahren. Ich würde sagen, dass wir den Dingpass überstanden haben. Aber ich schaue zur Sicherheit nochmal, wo die Pommesbude gerade steht. Ähm, so. Die entlädt gerade irgendwo. Und zwar ein Koll... Oh Gott, nee, Leute. Das ist mir... Oh, da sind wir auch zu dünn hier. Die ist ja viel zu... Der ist viel zu sehr aufgesplittet, dieser Zug. Da brauchen wir zweiten. Martin, da geht nichts anders. Als treuer Fan kriegt der Martin beide Essenszüge. Das ist da nun nicht mehr die rollende Pommesbude. Wie sieht es denn mit dem Essen in der Produktion aus? Hier hat das quasi voll das Lager. Alles klar. Nee, okay, das müssen wir jetzt lösen. Das geht natürlich nicht, dass wir hier Nahrungsengpässe in unserer Hauptstadt haben. Also, wir kaufen eine zweite rollende Pommesbude. Und zwar ist das ein M62-Zug gewesen. Wow, Leute, ist das viel. Ach so, wir haben jetzt mal Diesel neben mir. Also, der M62 bin mir relativ sicher, dass es die hier ist. Wenn nicht, macht Elisal auch nichts. Und da hängen wir mal Anhänger dran für Nahrung. Güterwagen. Ein Gebäude brennt schon wieder. Welches? Koloff. Treibstofftank brennt. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist bestimmt easy. Treibstofftank. Ich weiß, ich habe sieben Millionen Treibstofftanks. Ich habe keine Ahnung, welcher das ist. Aber da ist ja eine eigene Werkzeugwerke beschäftigt. Das sollte kein Problem werden. Wir wollen jetzt hier einen Güterwagen, genau um da Essen reinzupacken. Und ich weiß gar nicht, warum die Pommesbude nur zwei Anhänger hat. Ich nehme an, dass wir damals da kein Geld für hatten mehr als ein paar Ziele. Also, ich werde auch noch einen dritten, einen vierten noch. Vielleicht bauen wir noch einen vierten sogar. Und die Pommesbude, die muss eigentlich auch sich nochmal umorientieren. So, was macht die? Die fährt zum Getreidebahnhof und holt da Getreide ab. So, machen wir folgendes. Die Linie. Wir weisen dem das jetzt zu, aber wir passen das an. Das ist jetzt hier Martins Döner-Express. Das ist das Schönste von allem bekommen hier. Essen machen wir alle gerne. So, und der Döner-Express und die Pommesbude, wie teilen wir die jetzt auf? Also, ich würde mal sagen, der neue Zug, der macht den Pendelverkehr zwischen Dragunov und Putzki. 138 Tonnen Essen ist einmal eine Komplett-Leerung des Lagers, da müssen wir auch darüber sprechen. Also, Putzki, Getreide, soll ich abholen? Ne, nicht von Linie entfernen. Den Halt löschen, genau. Den Halt löschen. Den Halt löschen. Nehme am Getreidebahnhof Essen auf und schicke das Essen danach weg. Okay, zack, go. Frage, ist es erforderlich danach noch? Ne, ist eigentlich nicht erforderlich, glaube ich. Ich will, glaube ich, erstmal keine Essensexporte da machen mehr, oder? Essensexporte sind irgendwie dekadent. Wie sieht es denn in Call of Ost-Test? So, so, überhaupt. Gut, so läuft über. Na, vielleicht sollen wir doch darüber nachdenken. Egal, so, wir fahren jetzt hier, Putzki aufnehmen nach Call of, Reste im Mutterland verkaufen und dann von vorn den Mist. Halt löschen, halt löschen. Beeladen, entladen, entladen, jawohl, das passt doch. Okay. So, dann fährt die rollende Pommes-Code jetzt nur noch so und der andere fährt nur noch so, der Döner-Express. Das können wir eventuell noch forcieren. Ich bin unsicher, ob ich den einen Zug, ja, ich habe den falschen Zug, eventuell dann doch. Ich lasse das erst einmal wieder mal. Wie wieder mal, dass ich das erst mal so laufen? Ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall schon mal besser ist. Oh ja, und jetzt sehen wir hier endlich nur die Früchte unserer Arbeit. Und das ist ein netter Grafikpaktorium von der Industrie. Schaut mal hier, die winterlichen Bäume. Und jetzt hier raus, Luna. So ein Zoom, blub, hier, Zoomstufe. Jetzt sind sie plötzlich grün geworden. Das war aber jetzt wirklich durch Zoom gerade. Und jetzt sind sie plötzlich mit rein, so mal auch fertig. So, was ist hier los? Hier ist auch einmal ein Riesenstau. Okay. Alles klar. Aber die ganze Rundstraße ist fertig, inklusive der Busladestell. Das geht noch jetzt auch einmal zu. Ich denke, der Stau hier begrünt sich tatsächlich durch dieses Gebiet. Möchte ich aber so lassen. Das war das neue Rathaus. Das ist auch schon zu einem großen Teil abgefrühstückt. Ich könnte fast hier schon den Busverkehr hinsetzen, oder? Haben wir noch Bus? Vielleicht. Ja, ich habe hier auch so dick Busse. Wollen wir das mal machen, hier. Die PZs, wie viel fassen die denn? 32 Kapazität. Ich würde sagen, die hier machen jetzt erstmal die erste Linie, die das hier versorgt. Und wenn wir das Rathaus, soll ich einen Fall versorgt kriegen. Und dann gucken wir mal, ob wir die hier auch vielleicht versorgt bekommen. Hier ist nicht also zu viel. Ja, das kann man machen. Also, wir machen einen neuen Stopp. Und zwar, hier haben wir jetzt hier die Arbeitslosigkeit. Dann nehmen wir hier alles raus, außer Leute, die arbeiten können. Und entladen das Ganze hier an der Busladestelle. Alles okay. Und das war es eigentlich auch schon. Dann gucken wir uns das Ganze in Linienform an. Ich werde langsam zum Profi mit dir nehmen. Dann machen wir das, das und das. Okay. Nun, so. Lassen wir die erstmal losfahren. Ich glaube, ihr könnt es sich sogar an den Busladestellen nützlich machen, wenn ich da einfach... Wenn ich da jetzt einfach langfuss. Das wird schon passen. So, und dann habe ich noch was. Und zwar, wir wollen einen Ring nach Verkehr hier haben. Ich möchte hier eine Einbahnstraße draus machen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber ich finde es erstens cool. Und zwar, ganz falsch wird es nicht sein. Ah, Moment, da geht noch gar nicht. Nein, das ist noch gar nicht fertig. Das sah nur so fertig aus. Aber da fährt die Straßen bald so gerade lang. Aber das dauert noch ungefähr ein Minütchen. Das müssen wir gleich auf jeden Fall tun. Und, okay, so, dann fährt jetzt hier eine Buslieder. Und ihr merkt schon, es wird immer stauliger und stauliger. Ich bin fast geneigt, dass die hier zu kappen jetzt. Weil hier ist nichts los. Am zweiten Kreisverkehr und da oben am Baukreisverkehr wird es immer brenzliger. Ja, wir haben, ja, ich bin, ich glaube, ich schneide das ab. Ich glaube, ich schneide das jetzt ab, oder? Arbeiter kommt von Ihnen. Ich brauche nur die Ressourcen, ne? Und da fehlt noch was, fehlt da. Eine Menge Beton vor allem. Und das ist eigentlich der Rest der Peanuts. Bitte gebaut, ja, der Bau läuft. Wie weit ist die Walze? Okay, wie weit ist das hier? Also es dauert jetzt auch noch Sekunden. Und ich bin sehr, sehr stark geneigt, dieses Stück hier abzureißen. Ich habe das Gefühl, der Kreisverkehr frisst sich hier gerade fest, während ich dabei zugucke. Ich glaube, das machen wir. Aber wahrscheinlich geht das jetzt gar nicht mehr. Das geht jetzt gar nicht. So, wie wollen wir hier den Verkehrsfluss haben? Also, zum einen entschuldigt, aber das ist der rote Platz. Und ich bin sehr, sehr, sehr gewillt, da einen Linksverkehrsraushalt draus zu machen. Auch wenn es ein kleiner Schenkelklopfer ist. Ich sehe gerade da zwei Bäume, die mich massiv anpissen. Die muss man im Becken nehmen. So, wie sie hier. Nicht zu nah. Wo ist denn jetzt direkt auf die Bäume? Ich lösche den nicht angezeigten Radius. Das Bäume entfernen-Tool, das ist auch was, was mal eine Überarbeitung verdienen würde, würde ich sagen. Biss die Walze jetzt hier mal durch, Mann. Ja, da haben wir es doch sehr schön. Eine Linksverkehr, aber da kann man da erst mal anfangen und da abfragen, dass wir schon passen. Und vielleicht löst das auch mein Problem hier bereits. Also, ich möchte das gerne. Das ist noch, also, das ist alles, was anreißen ist. Also, wir wollen den kompletten Verkehr einmal so umleiten hier. So, da können wir rein und da können wir auch mal raus wollen, das ist okay. Eine fertige Straße, das ist jetzt schwer. Ach du, na, ich bin doch ein. Ja, okay, das war sehr dumm, weil die Straßenwurz ist hier gar nicht der letzte Arbeitsschritt. Hier muss ja noch die Stahlverlegung erfolgen. Dann müssen wir schnell, schnell die Einbahnstraße wieder entfernen. Da war ich etwas schnell. Nicht drauf geachtet, tatsächlich. Okay, dann machen wir erst was anderes, und zwar Fußwegeplan. Das muss auch auf jeden Fall drehend gemacht werden. Wir wollen hier von der Busseitestelle einmal einen direkten Weg natürlich hier rüber haben. Und den dann bitte auch, das geht nicht, das hier geht. Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir lieber den anderen. Ein Teil der Verstückung kann ich gewischt, wo wäre ich der Fall. So, dann können wir so auf jeden Fall Fußwegelegen. Dann kommen wir hier auf direkter Strecke dran. Und ehrlich gesagt, mehr Fußwege braucht das Ding nicht. Ich werde aus dekortiven Gründen vielleicht noch ein, zwei bauen, aber das ist genau der Weg, auf den die Arbeit ankommt. Beziehungsweise von vorne könnten wir mal irgendwann kommen. Ich denke, dass ich hier auch noch einen Fußweg anlege. Und vielleicht dann hier noch einen Anleger, und haben wir an verschiedenen Stellen dran gedacht. Und dann würde ich sagen, da hier die Laufgeschwindigkeit eh wegen dem Bordsteinholt ist, brauche ich hier nicht viel machen, an Fußwegelegen. Ich werde mal so einbauen. Und das wären dann die Fußwege. Und dann machen wir mal das Thema Denkmärle. Die Straßen, das kann ich mir ein bisschen besser vorstellen. Ich wollte hier als allererstes mal rote Sterne haben. Das finde ich ziemlich cool, diese roten Sterne. Wir haben hier einen roten Stern. Und der rote Stern ist so ein bisschen auch so ein draunusches Wahrzeichen. Ich weiß, viele sehen die bei Mods, Mods, Mods. Aber ich mag einfach auch gerne mal die Vanilla-Sachen platzieren bei solchen Dingen. Ich finde den durchaus schön. Und ich würde sagen, wir bauen da vier Stück von. Und zwar fangen wir an. Einen bauen wir nämlich hier hin. Dann bauen wir einen nach hier. Ich würde sehr gerne das im Heuerfall ein bisschen besser ausrichten. So und so. Also hier wäre ein guter Platz. Ja, und jetzt haben wir 90 Grad gedreht. Und da ein. Jetzt hoffe ich, dass der passt. Das ist natürlich nicht. Dann würde ich den hier auch noch mal versetzen wollen. Dass die etwas symmetrischer aussehen. So, der lappt leicht über das hier rüber. Okay, ja, das geht natürlich nicht. Wie weit ist der weg? Das ist ungefähr ein bisschen mehr als ein Kästchen. Maximal nach links. Ja, macht das so. Nicht ganz perfekt, aber wir werden damit leben können. Dann machen wir hier der vierten. Der ist auch ungefähr ein Kästchen, ein Kästchen. Also relativ genau hier müsste der hin. Und gucken wir, was das nächste ist, was wir da erreichen können. Da waren wir gerade kurz. Ja, hier. Ne, geht es eh nicht. Dann haben wir hier hin, würde ich sagen. Alles klar. So, vier Denkmäler. Die finde ich hier sehr angemessen. So. Die Straße ist vermutlich nur noch nicht gebaut, aber keine Autofahrzeuge. Das Arbeiterbüro ist nicht mehr angebunden, tatsächlich. Das LKW, Arbeiterbüro, okay, alles klar. Keine Arbeitergebäuferzeuge. Ressourcen sind alle da. Ich muss eigentlich ein Fuß mit Arbeitern ran und dann ist das auch fertig. Wir begleiten das jetzt hier mal eben bis zum Ende durch. Weil ich glaube, das geht halbwegs schnell. Da kommen jetzt Arbeiter an. Da ist das neue Rathaus. Und schaut mal, das ist schon voll mit Arbeitern, weil die da alle herkommen. Das ist, wir können das alte Rathaus jetzt abreißen. Das möchte ich auch machen. Altes Rathaus. Arrivederci. So. Neues Rathaus. Regierungsplatz und so. Das hat doch weit mehr Hand und Fuß. Und dann werden wir hier noch ein bisschen was zum Thema Bedürfnisberedigung machen. Eventuell hier noch mehr Sportangebote hinstellen. Wobei, hier ist schon so viel Sport. Man ist fast geneigt, ob ich hier vielleicht nochmal alles... Ach Gott, guckt euch die Kohle mal an. Ja, das ist auch so ein Problem. Ja, ich glaube, das Erste, was wir jetzt hier machen, ist erstmal die Bodenradiusberflichte. Ah, ich übersehe ganz gerne mal, dass ich... Das hier ist ja was. Der ist so hässlich. Ich reiß den ab. Habe ich so eben beschlossen, diesen Sport bauen. Man erkennt ihn ja gar nicht. Man sieht ja überhaupt nicht, dass da überhaupt irgendwas ist. So, dann reißen wir die ehemalige Straßenzuhrfahrt hier ab. Die bauen wir auch erstmal nicht. Und dann bin ich fast geneigt, hier dieses komische... Diese Rundstraße hier vielleicht auch mal abzureißen. Und das Ganze so ein bisschen eckiger wieder zu bauen. Und dann können wir hier vielleicht auch diese Kuhle, die Dragon of Seit Beginn der Geschichtsschreibung begleitet, die wäre vielleicht auch was von anderes. Das sowjetische Denkmal hier lasse ich stehen. Das finde ich ehrlich gesagt, das ist frieflich, wenn man sowas abreißt. Das sollte man nicht tun. Dann planieren wir mal so jetzt die Frage, wie planieren wir denn mal? Welche Höhe planieren wir denn überhaupt? Das ist ja ein Teil von der Altstadt hier. Also eigentlich müssen wir auf die Höhe von diesen Gehwegen hier kommen. Ich wünsche, dass wir da auch schon wieder es nicht ganz leicht haben werden. Hier ist alles auf verschiedenen Höhen. Das ist... Selbst der Gehwicht, der ist ja... Der macht ja einen Knick. Nee, Leute, ich muss hier mehr abreißen. Das wird nicht mit Sofortbau hier gemacht, obwohl es eine Ersatzinvestition ist. Sondern hier werde ich... Ach, das ist richtig bergig. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt was geht hier. Das werde ich vermutlich vernünftig neu bauen mit den bekannten Regeln. So, also ich will hier... Ich glaube, die Bushaltestellung, das ist eine ordentliche Höhe, auf der wir alles setzen wollten. Ungefähr so. Dann ist die Straße oben. Dann ist es halt so. Dann ist sie auch so eine Art Akkore nochmal. Das Sowjet-Denkmal gibt dann hier oben den Ton an, was die Straßenhöhung angeht. Ich würde sagen, hier gehen wir nochmal so. Dorn vorbei. Und jetzt glätten wir an einer Stelle nochmal. Und zwar einmal hier möchte ich gerne glätten. Ob es nicht ganz so schlimm wird. Und dann hier überall rum. Glätten, glätten, glätten. Ja, alles klar. Und dann würde ich gerne hier so ein bisschen mit Sport angeboten was machen. Nein, ich brauche nur noch kein Stadion. Ja, tut mir leid. Ich brauche wirklich hier noch kein Stadion. Ja, aber hier natürlich auch... Ja, kurz habe ich über Tourismus nachgedacht. Eigentlich habe ich hier Sport, 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 Sport. Eigentlich brauche ich hier keinen Sport. Eigentlich ist das hier ein netter Bauplatz, um noch irgendwas cooles damit zu machen. Ich glaube, ich lasse mir den offen. Ich habe ja jetzt nicht wirklich was abgerissen. Ich habe jetzt nur das eine Teil abgerissen. Ne, lass uns mal nur den Gehweg wieder aufbauen hier. Den etwas angepasst. Vielleicht diesen einmal gerade durch. Einmal so. Und einmal so vielleicht. Etwas sehr flusswegig verkopft hier. Das hier erstmal nur ausgebaut. Ich will nicht ausschließen, dass wir hier noch mehr Blattmacher neu bauen. Gucken wir mal am Ende. So, ich habe jetzt immer noch meinen Kopfhörer-Themen. Deswegen spreche ich vielleicht irgendwie anders als sonst etwas leiser. Das war alles. Ach so, das geht ja auch mal zwei Straßen. Ah, verdammt, wer hat das natürliche segmentiert? Weil ich da mit Fußlichter von einem roten Stern dran gebaut habe. Das war dumm. Okay, okay, okay. Aber hier werden schon Fußwege fleißig aufgeschüttelt. Hier wird sogar schon mal dran gearbeitet. Das geht ja dann relativ schnell. Und hier ist plötzlich der Stau hat sich vollständig aufgelöst. Manchmal sind da die Wege unergründlich. Wenn man hier auch hinbauen könnte, wäre einfach mal was mit Bäumen. Nee, Quatsch, Leute. Ich erzähle hier von der großen Kneipen-Aktion und bau die Kneipe hier nicht hin. Natürlich kommt hier die Kneipe hin. Ah, man, manchmal ist man auch verkauft. Hier hätte ich gerne etwas Größeres, Restaurant oder so in der Richtung. Hier ist das Kalina-Café. Ich glaube, das ist das, was wir in den Dings stehen haben, da hinten. Dranghof ist ja eher so die Dembegriff der Trostlosigkeit. Was haben wir denn hier? Guck mal, das ist ganz nice, sagen wir mal, was Auffälliges. Das ist leider hat es einen russischen Namen, aber es ist so eine Art große Bar. Ein Restaurantbetrieb. Den könnte man verwenden, den finde ich cool. Das ist aus dem Schrömmelpack. Das ist ein Bullis-Bar, den haben wir schon mal. Könnte man natürlich auch sagen, das ist unsere große Kette, wo dieses Bar, die hier überall vertreten ist. Aber ich glaube eher nicht, nein. Okay, dann haben wir hier eine Kantine. Die ist mir, glaube ich, zu, die sieht so aus wie die Boots raus, die würde tatsächlich nach Kohl auf ganz gut passen. Das ist ein großes Restaurant. Ja, das ist auch nur Alkohol, ne? Was meint ihr, wäre das was? Das ist eine rhetorische Frage, wenn ich jetzt immer war oder nicht. Aber ich würde sagen, doch hier, wo ist das oder? Vielleicht ist das Kohl, ne? Kann das einer lesen? Also kann man sagen, wenn man das spricht? Kano oder sowas? Also da oben auf dem Dach steht es ja. Kano, Kano. Oder was es heißt? Salut. Mich hätte auch interessieren. Aber ich werde es erstmal nicht ausgeben. Aber ich brauche zu Anlieferungstücken, brauche ich auf jeden Fall eine richtige Straße. Zeigen die unten irgendwo dann. Das wäre die Straße dahin gekommen, ne? Kommt, wir vergessen noch mal was so. Oder, ne, komm, das machen wir jetzt hier so richtig als Prunkbauer. Wir bauen das hier hin. Und der Rest rundherum, den lassen wir weitestgehend frei, glaube ich. Ich wette, dass das nicht geht, weil dieses Straßenstück hier wahrscheinlich auch ganz easy geht, das alles klar. Kann man locker bauen, dann kann man von hier aus beliefern, sogar von oben. Und dann noch Fußwege dran, ne? Von wo aus müssen wir da überall dran? Oder auf jeden Fall mal von hier, das ist schon mal klar. Dann müssen wir hier noch irgendwie an die Straße und nicht nur an die Fußhaltestelle, sonst sind schon ein Großteil der Bevölkerung nicht dran. Wie machen wir das am besten? Hier so irgendwie. Das sind ja nie die Wege. Das irgendwie hier einfach dran. Wie sieht das aus? Hässlich, ne? Aber richtig hässlich. So, komm mal raus. Wie der im Weg ist ein Quatsch. Quatsch, natürlich könnt ihr das abreißen hier so. Ist noch nicht mal gebaut, weil... Ja, von mir aus. Also wir müssen da hin und anders geht's irgendwie nicht. Ja, woher ich reiß den, komm, ich reiß den dämlichen Basketballplatz ab. Das gefällt mir alle nicht mehr hier. Das ist krumm und schief und überhaupt, wir machen das alles neu. Pfeifen jetzt hier auf. War schon fertig. War jetzt schon fertig, ja, alles. Mein Gott, wie schnell das geben wir uns wegen. Nee, wir machen das alles neu, das gefällt mir so nicht. Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde, aber auch nur, ja. Das geht jetzt ja. Mach halt. Hat noch niemand gesagt, mach nicht so viel. Von daher, machen wir einfach jetzt. Umbearbeiten in Draganov. Fünf Minuten gebe ich das auch jetzt hier noch. So, weg mit dem Basketballplatz. Das ist zum Bauernübergelegenheit neu. Dann ist hier der große, querfußweg. Ich hoffe, dass wir den halbwegs elegant. So. Ja, ja, ja. Mach mal so. Hala, das war... Nicht ganz so schön, wie ich mir das erhofft hätte. Ah, das kann man schon so machen. Das kann man schon so machen. So, dann gehen wir hier raus. Und hier raus. Da kann man von der Bushaltestelle aus praktisch alles erreichen, was jetzt hier in diesem neuen... Ja, oder ich bin auch wieder mal dumm. Nein, natürlich planiere ich hier zuerst. Hi, yeah, yeah. So, ich mach jetzt noch den Bevölkerungscheck, den ihr einfach angekündigt habt. Und den Rest machen wir aber am nächsten Mal. Sonst wird es ja anderthalb Stunden gibt es früher. Das wird mir dann auch unten noch zu viel. Hier haben wir die eine Straße fertig, die Straße fertig. Wir müssen eigentlich nur noch den Part bauen. Und das ist kurz vor der Fertigstellung. Dann kriegen wir gleich mal die Eimerstraße gebaut. Die vier roten Sterne sind alle im Bau. Und das Hauptquartier ist im Bau. Mein Buchhaltungsbüro ist durchgehend voll besetzt. Das ist sehr, sehr gut. So, dann gucken wir mal, wie viele Einwohner haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier Einwohner, Dragunov, 4.915. Dragunov-Rathaus. Okay, wichtig ist, dieses Rathaus gehört zu Dragunov. Dieses Rathaus gehört nicht zu Dragunov-Hügel. Was theoretisch ist, die Beschriftung ziemlich ähnlich weit weg. Und die Befürchtung hatte ich jetzt gerade, dass das falsch zugeteilt wird. Und ich damit gar nichts anfangen kann. Was hat zum Glück geklappt? Dann gehen wir nach Kolov, einmal die Verrückerung checken. Immer vor dem Hintergrund betrachten, dass wir das an Kolov-Uni noch mehr Leute wohnen. 6.369 Leute wohnen hier, also mit Abstand mehr. Unsere große Metropole. Thermese wohnt keiner. Da geht es mir nicht nur darum. Schaut mal, wie geil. Unser erstes mega Riesen-Super-Hochhaus ist fertig. Und es sieht leider gar nicht so schön aus wie es erhofft hatte. Weil es hier unten, es steht auf tragenden Säulen. Das ist cool, das mag ich. Aber diese tragenden Säulen haben hier so Löcher. Ja, also warum ist denn hier, das sieht aus wie nicht fertig ausgestaltet. Oder kann man hier irgendwie Straßen durchbauen noch? Das wäre auch cool, aber ich glaube nicht, dass das geht. Okay, also auf jeden Fall ist hier unser erstes richtiges, großes, fettes Gebäude im Thermal fertig. Alles andere lässt noch ein bisschen auf sich warten. Aber da kann ich mit leben. Die Straßenlaternen leuchten immer noch nicht, aber das liegt daran, dass hier noch nicht alles durch ist. Aber da sind wir auch ein gutes Mädchen. Schon wieder werden nämlich hier Feuer von mutigen Feuerwehrleuten gelöscht, das ist klar. So, dann geht es nach Putzki und da kennt ihr das Spiel ja schon etwas mehr Anarbeit. Kann ich aber auch hin. Wirraff hat hier, glaube ich, sein Rathaus, 1554 Leute in Wirraff. Wirraff hat hier auch tatsächlich größer, ne? Ne, doch ein paar, nicht viele, 60 Leute oder so. Aber sie sind sehr, sehr ähnlich, die Städte von. Dann haben wir Tabo, wie unser letzter Büro inzwischen gebaut ist. Und ich sehe gerade, wir haben hier, oh, hauer, la la, na, hier müssen wir mal gucken, wieso ist denn hier dunkel? Die haben eigentlich, eigentlich, ein höchstlich Strom haben, ne? Ja, klar, um die Strom. Spannend. Die haben ja auf jeden Fall Einkaufsprobleme, die man wohnt hier so. Und die können wir ja lösen. Hier müssen wir nochmal, hier müssen wir nur nachbessern. Aber Tabo, wie hat aktuell, das ist eigentlich müßig, wenn man einfach kaufen kann. Dann muss ich eine Sekunde darauf warten, bis Tabo angezeigt wird. Ich nehme mal, dass es klappt. Dann haben wir noch Lithopa. Lithopa war, glaube ich, hier ist mal einer. Genau drei sind drin, 534 Leute in Lithuan. Und hier sind Tabo, wie 127 Leute. 534, das ist ja schon was. Also schon eine kleine Großstadt, Lithuan. Und Kuulata haben wir auch irgendwo. Nehmen wir das Feuerwasser. Oh, Feuerwehrautos, ist ja hier gut, ne? Sollten wir mal machen. Ich würde sagen, da kommen wir mal. 1W50 und ein kleines, schnelles. Hier, 95 kmh. Ich glaube, das A21 haben. Dann gehen da auch Feuerwehrleute hin. Okay. Ja, so finden wir auch da nochmal was. Und hier ist das Gemeindehaus. Und 240 Leute wohnen in Kuulata. In einer ganz anderen Struktur als in Lithopa. Okay, damit haben wir den Bevölkerungscheck gemacht. Und 60 Minuten sind diese Sekunde vorbei. Sehe ich gerade. Und deswegen machen wir ganz dringend Feierabend für heute und morgen weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.